Willkommen wiederum im Küchenstudio. In einer Woche ist Ostersamstag, Zeit für einen Osterkanon. Der Text ist ganz einfach, hier zum Mitlesen, wenn die Hasen über den Rasen rasen, wenn die Hühnereier liegen, selbst wenn es schneit, dann ist Ostern, dann ist Ostern, dann ist Ostern nicht mehr weit. Die Melodie geht auf folgende Weise. Wenn die Hasen über den Rasen rasen, wenn die Hühnereier liegen, selbst wenn es schneit, dann ist Ostern, dann ist Ostern nicht mehr weit. Noch einmal, wenn die Hasen über den Rasen rasen, wenn die Hühnereier liegen, selbst wenn es schneit, dann ist Ostern, dann ist Ostern, dann ist Ostern nicht mehr weit. Ist also ganz einfach, noch einmal ganz kurz. Wenn die Hasen über den Rasen rasen, wenn die Hühnereier liegen, selbst wenn es schneit, dann ist Ostern, dann ist Ostern, dann ist Ostern nicht mehr weit. So, und jetzt wechsle ich das Instrument, gleich kommt die Konserve dran und dann habt ihr wieder die Möglichkeit, entweder mit der Konserve zu singen oder mit mir. Viermal hintereinander wird es laufen. Wenn die Hasen über den Rasen rasen, wenn die Hühnereier liegen, selbst wenn es schneit, dann ist Ostern, dann ist Ostern, dann ist Ostern nicht mehr weit. Wenn die Hasen über den Rasen rasen, wenn die Hühnereier liegen, selbst wenn es schneit, dann ist Ostern, dann ist Ostern, dann ist Ostern nicht mehr weit. Wenn die Hasen über den Rasen rasen, wenn die Hühnereier liegen, selbst wenn es schneit, dann ist Ostern, dann ist Ostern, dann ist Ostern nicht mehr weit. Wenn die Rasen übern Rasen rasen, wenn die Bücher einlegen sind, dann schreit. Okay, heute geht die Grüße natürlich wieder an das Johanniterhaus in Dandenberg. Moment, stopp. Also an das Johanniterhaus in Dandenberg und natürlich an alle Hühnerhalter im Landkreis Lüchel-Landenberg. Macht's gut. Bleibt schön zu Hause. Beim Einkaufen, tragt Masken. Und dann bis morgen. Dann gibt's wieder einen neuen Kanon. Dann bis morgen. Dann bis morgen. Dann bis morgen.